Ganz wichtige Servicemeldung, wenn du zur 25 Januar, Februar, März irgendwann im Q1 ein Praktikum beginnen möchtest, dann solltest du dich jetzt auf diese Praktika bewerben. Warum das so ist, darüber sprechen wir in der heutigen Folge des BWL-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen aus Frankfurter Main. Ja, wir sprechen da heute einmal drüber. Wir werden es auch immer wieder mitbekommen in den Zusammenarbeiten. Wir haben ja vor vier Jahren gemeinsam Pumpkin Careers gegründet, arbeiten heute mit über 1000 Teilnehmenden, die wirklich auch aktiv bei uns dabei sind, gemeinsam daran, hohe berufliche Ziele in Richtung Investmentbanking, Strategieberatung und Private Equity, aber auch andere naheliegende Bereiche zu erreichen. Und was uns immer wieder passiert, ist, dass Teilnehmende neu zu uns kommen und die das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben und dann melden die sich irgendwie im März oder April bei uns, um im Praktikum im August zu beginnen. Kriegen wir im Notfall meistens sogar wirklich noch hin, aber das Ganze ist nicht ideal. Also man hat ja dann irgendwie eine Unterscheidung zwischen dem, was ideal ist, also wann man irgendwie sich auch seine eigenen Chancen irgendwie optimiert und dann von dem, wo man noch irgendwie was schafft. Und das ist auch eine Unterscheidung, die ganz viele Leute nicht so richtig verstehen, weil wenn wir zum Beispiel den Leuten sagen, hey, es ist ideal, dass du ein 1-0-Abitur machst, ist das natürlich absolut offensichtlich und richtig. Das heißt aber nicht, dass du ein 1-0-Abitur haben musst. Und irgendwie fehlt da bei der einen oder anderen Person eine Fähigkeit, diese Themen auseinanderzuhalten. Deswegen hier nochmal ganz klar. Aber wenn du idealerweise dich bewirbst, dann ist es in Richtung Investmentbanking typischerweise dieser Zeitraum wirklich von neun Monaten vorher, wo du dich darum kümmerst. Da haben die meisten, machen irgendwie auf, fangen an zu suchen. Und natürlich kannst du dich auch sechs Monate vorher bewerben. Da sind aber vielleicht schon 30, 40, 50 Prozent der Stellen irgendwie besetzt. Klar, wenn du dich jetzt bei den Top-Unternehmen bewirbst, dann sowieso, dann bist du eh zu spät dran. Aber auch für die ersten Praktika, vielleicht jetzt noch nicht bei den absoluten Top-Unternehmen, ist es häufig so, dass diese neun Monate irgendwo ideal sind. So klar, wenn du jetzt irgendwie eine Klausurenphase hast oder sowas, dann kann man mal ein, zwei Monate später machen, blabliblupp. Aber wir merken, wenn wir das zurückrechnen und man irgendwie Anfang des nächsten Jahres irgendwie sein Praktikum machen möchte, dann ist das halt wirklich jetzt der Zeitraum, wo man sich darum idealerweise bemüht. Bei Unternehmensberatung ist man meistens ein bisschen später. Ein bisschen später dran, aber auch da, wenn man jetzt die Klausurenphase noch abwartet, auf einmal ist es Mitte August, man startet vielleicht auch ein Praktikum aus, ein Semester, was auch immer. Und dann geht das natürlich auch ganz, ganz schnell, dass Mitte August ist dann irgendwo auch schon fast wieder ein bisschen, also ist man dann so gerade im Idealen, vielleicht wenn man dann irgendwie nochmal anfängt erst mit den Bewerben und so weiter, da rutscht man dann halt auch so ein bisschen in die Richtung, dass man so denkt, ist nicht mehr ideal. Und wenn man das vorplanen kann, wenn man irgendwie heute weiß, was ideal ist, dann sollte man sich natürlich auch ganz klar daran orientieren. Ja, genau. Also das ist dann schon ein ziemlich relevanter Punkt, den man einfach auf dem Schirm haben muss, wenn man ziemlich ambitioniert ist. Du hast es trefflich gesagt, es muss nicht sein. Man kann sich gerne auch zum späteren Zeitpunkt bewerben und dann halt nicht mehr so viel Zusagen bekommen. Aber ich finde es halt immer, es ist halt immer sehr, sehr frustrierend, wenn du eine Absage bekommst, nur weil du dich einfach zu spät beworben hast. Nichts ist ärgerlicher als eine Absage, wenn man sich zu spät beworben hat. Und in den seltensten Fällen ist es halt wirklich so, dass jetzt, also sage ich mal jetzt versus in drei Monaten, in drei Monaten könnte man sich ja auch noch bewerben, dass da wirklich dein Profil sich so hart unterscheidet. Also wenn man zum Beispiel jetzt Abitur gemacht hat dieses Jahr, also du wirst jetzt in den Noten vermutlich schon recht genau wissen. Und selbst wenn du jetzt noch nicht deinen finalen Abischnitt hast, da wird es jetzt auch nicht mehr so viel tun. Du kannst deinen aktuellen Schnittstunden schreiben. Wenn du im Sommer ein Praktikum machen wirst, dann kannst du das jetzt auch schon in Lebenslauf aufnehmen, als geplantes Praktikum. Da wird sich dann auch nichts mehr großartig tun. Entweder kannst du jetzt schon hinschreiben, wo du studieren wirst oder vielleicht lässt es noch weg. Aber wenn du schon ziemlich sicher weißt, wo du hinmöchtest, kannst du grundsätzlich auch schon sagen, dass du da planst zu studieren, auch wenn du noch keine fixe Zusage hast, wenn du damit rechnenst, dass das was wird. So und da wird sich jetzt nicht mehr so viel tun. Genau das Gleiche, wie wenn du im Studium bist. Ob du dich jetzt bewirbst oder ob du dich Anfang August bewirbst. Es macht jetzt nicht so den riesengroßen Unterschied. Aber diese zwei, drei, vier Monate, wo jetzt noch viel, viel mehr offen ist. Also es ist auch nicht so, dass noch überall alles offen ist. Also wenn du dich irgendwie bei großen Banken bewirbst, für die Offsicle-Internships, hätte man sich im ersten Fall auch schon früher bewerben sollen. Für Q1, 225 zumindest. Aber zumindest im Consulting-Bereich, bei den ersten Praktika und so weiter, ist jetzt noch recht viel frei. Aber je länger man halt wartet, desto leerer wird es halt. Und es passiert eigentlich sehr, sehr selten, dass man sich irgendwie zu früh bewirbt und dann de facto Nachteil hat. Also in den meisten Fällen ist es halt wirklich dann so, okay, dann sagen die halt, ja, wir sind gerade noch nicht offen. Aber gerne können wir ein Interview machen so in zwei Monaten. Da würden wir anfangen, Bewerberinnen und Bewerber zu sammeln. Und häufig ist es halt so, dass die sagen, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen früher, aber wir interviewen dich trotzdem schon. Und dann bist du halt die erste Person, die da ein Interview hat für den Zeitraum oder die zweite oder der dritte so. Ist noch alles frei und da kriegt man schon nochmal deutlich eher auch eine Zusage, als wenn man sich ja später bewirbt. Und selbst wenn du das Praktika manchmal annehmen willst, dann hast du früher schon mal deine Erfahrung gesammelt, weißt so ein bisschen, okay, auf welchem Level kriege ich denn Einladung. Wenn du zum Beispiel merkst, okay, die laden dich alle ein, die Firmen auf dem Level, wo du dich beworben hast. Bei uns im Coaching haben wir diese Rating-Listen. Angenommen wir sagen dir, okay, bewirb dich mal bei den Firmen Rating 12 bis 14. Du kriegst durch die Bank Einladung. Du kriegst so 50, 60, 70 Prozent Einladung. Dann weißt du, okay, ich kann mich wahrscheinlich auch bei den höheren Ratings bewerben. Und dann kannst du mal Rating 16, 17, 19 oder so ausprobieren und schauen, wie da die Einladung reinkommt. Und du hast noch genug Zeit. Wohingegen, wenn du dich auf den letzten Trigger bewirbst, dann müssen halt diese Bewerbungen wirklich sitzen. Und wenn nicht, hast du halt keinen Plan B mehr. Ja, genau. Und deswegen einfach da früh dran sein, ist immer auf jeden Fall definitiv ein Vorteil. Also man muss es nicht irgendwie übertreiben und so weiter. Aber typischerweise sind wir jetzt halt gerade auch irgendwie in der Phase in einem Jahr, wo man eigentlich diese Zeit auch hat. Und dann kann man das halt jetzt auch wirklich noch, also hängt ein bisschen von der Hochschule ab natürlich, aber kann man das praktisch eigentlich vor den Klausuren irgendwie auch noch beenden, das ganze Thema. Und kann dann irgendwie ein bisschen entspannter reingehen. Natürlich klar, wenn man irgendwie Auslandssemester oder sowas vor sich hat, dann natürlich auch erst recht. Also ich war damals auf jeden Fall sehr erleichtert, dass ich das alles davor geklärt hatte und so weiter. Das ist ein viel cooleres Gefühl irgendwie, dass man da jetzt im Auslandssemester sich nicht irgendwie dann in den ersten paar Monaten auch noch irgendwie bewerben muss, sondern dass man diese Zeit dann, wofür sie ja dann irgendwie auch da ist, irgendwie auch einfach nutzen kann, irgendwie coole Sachen zu machen. Deswegen solltest du das auf jeden Fall machen. Und ganz, ganz wichtig zu verstehen, am Ende geht es natürlich nicht nur darum, sie einfach zu bewerben und sowas, sondern du musst natürlich trotzdem darauf achten, dass du die richtigen Unternehmen findest. Also das heißt, für dich passende Unternehmen, die irgendwo deine Schritte auch maximieren, weil du willst immer möglichst großen Schritt zwischen zwei Praktika machen, dann solltest du dich dann natürlich mit sehr, sehr guten Bewerbungsunterlagen irgendwo bewerben, um natürlich die Einladungswahrscheinlichkeit einfach auch zu maximieren. Und dann, wenn du eingeladen wirst, ist natürlich enorm, enorm wichtig, da auch die entsprechenden Interview-Skills hinzulegen. Das gilt sowohl für den Personal Fit, wo es darum geht, sich persönlich vorzustellen und zu verkaufen, aber auch für den fachlichen Teil. Und für all diese Sachen unterstützen wir sehr, sehr intensiv. Und wie gesagt, zu Beginn gesagt, seit über vier Jahren haben schon mittlerweile wirklich tausende Personen dabei geholfen. Bei allen möglichen Unternehmen, bei allen Top-Unternehmen hatten wir schon Leute, haben diese erfolgreich durch diese entsprechenden Prozesse begleitet. Aber auch bei diesen ersten Schritten, wenn es wirklich darum geht, Step-for-Step sein Ziel aufzubauen, seit, wie gesagt, über vier Jahren machen wir nichts anderes. Wenn du Lust hast, mal von unserer Expertise zu profitieren, dann schau auf jeden Fall mal auf unsere Webseite vorbei, pumpkinqueers.com, drück da einmal auf jetzt bewerben, mach da einen Termin mit uns aus. Wir schauen da einmal, ob so eine Zusammenarbeit grundsätzlich sinnvoll ist. Und wenn das der Fall ist, dann machen wir die Status-Core-Analyse. Da erzählen wir dir einmal ganz genau, was aus unserer Sicht so die wichtigsten Faktoren sind. Da ist das auch ein Faktor natürlich, sich entsprechend pünktlich zu bewerben. Da gibt es natürlich, wie gesagt, diese Themen Karriereplanung, Interviews, Bewerbungsunterlagen, aber auch Themen wie Noten in der Uni, aber auch Leistung im Praktikum, Netzwerk und so weiter und so fort. Da zeigen wir dir einmal alles auf, was bei dir da wichtig ist und halt auch, wie so eine typische Zusammenarbeit mit uns aussieht. Und ja, dann kannst du anhand von diesen ganzen Informationen für dich einmal entscheiden, ob so eine Zusammenarbeit irgendwie sinnvoll ist. Wir werden das Ganze natürlich irgendwie auch genauso für uns prüfen. Und ja, deswegen gerne mal auf der Webseite vorbeischauen und Termin für das erste und unverbindliche Gespräch ausmachen. Genau, wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Und dann, ja, bis bald. Und dann lass uns mal gucken, dass wir dir für 2025 die ersten Praktika organisieren können. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.